Hans und Greta verlaufen sich im Großstadtwald. Wo geht's nach Haus? Wir verzweifeln bald. Ach, schau da an die Mauer, da hängt verlockend schön. Die Tafel mit den Nummern nach Haus verspricht zu gehen. Sechs mal die Sechse und schon es klickt und kracht. Kurz drauf am anderen Ende, ne schrille Stimme lacht. Hallo? Hexi Hex bringt dich nach Hause. Wo kann ich euch abholen? Da gibt's doch dieses Neue. Man klickt, schaut und vergleicht. Und wählt nun seinen Fahrer. Das ist ja kinderleicht. Die Karte weist den kurzen Weg. Ich nähere mich im Saus. Nehmt Hans und Greta höflich auf und bringen sie heil nach Haus. Drum macht es doch im Captus-Sinne und prüft, wer nach Haus euch bringe. Die Vögel zwitschern's hoch und weit. Die Neuheit heißt Captus. Click to ride. Die Neuheit heißt Captus. Click to ride. Die Neuheit heißt Vielen Dank.